Was machen wir für Themen, egal? Chat, was habt ihr? Ist egal, freie Themenwahl, freie Themenwahl. Chat habt den guten. Ich überlege, ich überlege, ich überlege. Ich hatte noch nicht starten, lass kurz überlegen. Oh, Montagin Sascha Arschbohrer, der ist gut, der ist gut, der ist gut, den nehmen wir. Montagin Sascha Arschbohrer, den machen wir. Okay Jungs, wie sieht's aus? Ich hab's, ich hab was. Oh, ich bin nervös. Oh, diese Animation. Gela. So. BAMF! Hallo? Wer schreibt der halbe Roman? Okay, Chat. Boah. Boah. Was ich da grad gemeint habe. Okay, okay. Versteht man meins, kann man meins... Hä? Jetzt kommt ich... Was, ich soll die beschreiben? Was ist das denn? Hä? Oh mein Gott. Hä? Hä? Das hat doch wieder Knossi gemalt. Oh mein Gott, das scheint mir was zu sein, wofür man durchaus Probleme bekommen könnte. Mhm. Get in my level? Hä? Wir waren da so lost. Ich glaub der hat den Sascha gut gut getroffen hier, muss ich ehrlich sagen. Einer von euch. So wenn das, wenn's... Vielleicht täuscht ich mich auch. Oh Gott. Ich weiß nicht, ich war lost, ich war lost. Was? Holy shit. Oh mein Gott, da kenn ich nen Google-Emo. Was ist das denn? Fuck. Dann lass's mir beim Aufklären zeigen, dass das das war, damit wir's nochmal wissen. Das ist so scheiße, Mann, Dicke, ich bin so sauer. Zu Ende. Ey. Okay. Oh, oh, oh. Oh Gott. Oh mein Gott, Alter. Äh. Da ist ein Fehler passiert. Äh. Da ist ein Fehler passiert. Äh. Beste. Jawoll! Äh. Gibt's da eigentlich auch Punkte, wer schnell abgibt und so? Ne, ne. Es gibt gar keine Punkte. Es ist nur so ein Fun-Game und man guckt sich dann die Auflösung an und lacht, ne? Oder? Ja. Ey, Mann! Es gibt halt immer einen Verlierer. So früh schon Schluss. Boah, Bruder. Input! Jesus, krach! Schleiß, ne? Was ist das denn? Hä? Schleiß, ne? Schleiß, ne? Schleiß, ne? Schleiß, ne? Schleiß, ne? Hey, Jungs! Alter, what the fuck, man! So, ich will jetzt nicht zu früh stoppen. Haben Sie alle? Was ist das? Ja, alles klar. Noch mal an die Wohnlosen am Ende. Am Ende. Ja, klar. Ja, ja, klar. Sehr gut. Sehr gut. Okay, warte. Ich hab Bock, ich hab richtig Bock auf die Auflösung. Okay, okay. Alle, 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 alle bereit. Alle bereit, alle bereit. Alle ruhig. Alle bereit, let's go. Die Geistes speichern. Oh mein Gott. Monte gibt Sascha Arschbohrer. Digga, was hat er mit Brüsseln da vorne? Monte zerstört Knossi. Hä? Hä? Dreimack. Boah, Ibel zerstört, Bro. Monte beleidigt Knossi als Noob und Kylos. So, ey, ich hab's wahrscheinlich bekannt Nummer eins von YouTube hab ich geschrieben. So lange nicht mehr hier gewesen. Oh, unsere Community geht's soweit gut. Montana Black bewirft Knossi mit Kylos Scheiße. Jo. In welche Richtung geht denn das, Mann? Okay. Tromax rappt mit 187 als Feature Everybody. Ach, lösch dich, Digga. Ach, Digga, Chef Strobel. Das ist so ein... Ey, Tromax dirigiert 187. Ey, das ist angekommen tatsächlich. Ey, das hatte ich... Oh, stark. Ringo live, da geht's fordert. Oh, Jens nicht schlecht. Tromax dirigiert die 187. Boah, Alter, aber Tromax auf jeden Fall das ein oder andere Kino zum Video. Boah, ey. Ringo beim letzten Damenbesuch zum Früh gekommen. Oh. Lassau kommt viel zu früh in den Kopf. Ey, bitte komm! Ey, Alter, was ist alles? Alter, was? Jetzt? Junge, was ist es? Niko Bums Tromax. Ja, boah. Ringo, ihr habt alles, Junge. Junge. Tromax hat nen langen Schlang. Oh, was? Oh, boah. Oh, boah. Ist ja unfassbar. Niko, ins Coop. Fährt durch Blitzer. Okay. Es war easy, Grombois. War noch easy, ja? Es war noch easy. Die Zeitung ist aber scheiße gewesen. Digga, das Fahrrad. Stimmt. Ins Coop wird auf dem Fahrrad geblitzt. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Sehr gut. Guck mal, wie gut... LOL. Ja, heftig, heftig. Digga, mit dem Blitzer, ehrlich. Niko wird geblitzt mit 24 Grad im HZ schnell in drei Situationen. Oh, gar nicht. Oh, gar nicht. Oh, gar nicht. Klick. Das Glasky-Klick-Geräusch war besser. Ja, wie mein... Das ist unsere beste Runde, ey. Das ist unsere beste Runde, ey. Geil. Ey, das ist unsere beste Runde. Ey, das ist unsere beste Runde. Jetzt wird's ganz... Jetzt wird's ganz anders. Jetzt wird's ganz anders. Jetzt wird's ganz anders. Sascha macht mit Knossi rum. Mann hat's erkannt. 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 Oh, nein. Was ist das? Knossi und Monte machen ehrenlos rum. Ey! Ehrenlos rum. Ey! Mann hat's... Mit der Zahl! Mit der Zahl! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Die... Die... Die Tätos, Digga. Ich kack ab! Mann, 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 Mann! Okay, 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 okay! Nein, der fällt auf die Krone! Jungs, wir machen weiter! Wir machen weiter. Die Krone! In Saschas' Nasenloch. Ach, hä? Was ist denn eine scheiße? Die Krone, was war... Was war mit der Krone? Hä? Was ist das denn? Montana Black riecht Kylos Furz Kylos Kylo furzt und es kommt Land mit Boah Junge Kylo SCAG ist aus Versehen Aber sing ist doch richtig Stark 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 Wie soll alles mit Scheiß oder Penis zu tun in unseren Runden Wir gehen in die vorletzte Sascha raucht eine ganze Stange Kippen Boah hier hab ich echt versucht Sascha raucht wie ein Schloch Siehste So Nämlich Das ist nice Oh stark Sascha raucht wie ein Schornstein Ja Alter Wir sind gut dabei Digga der Mundwinkel ist geil Sascha ist stoned wie ein Haar Wie ein Haar Los Und den letzten Alle bereit? Jawohl gönn Mach ich? Ahja Romatra Chef Strubel wird so irrelevant dass er sich im Luft auflöst Oh Joooooo Digga Guter Chef Strubel schlägt Hater zusammen Digga dass mir so ein Fehler passiert mit der Farbe Fehlen gibt Trömmax Joach deinen Bruch Elf Jahre Ja Junge Tremek wird von Elfjährigem verdroschen Boah Drum Geil Ey Lato Damit war zum Glück vorbei Ciao